Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Battlefield 1 Multiplayer Action hier. Leute, danke an alle die hier zu diesen 100 Abonnenten jetzt gehören. Wirklich, danke. Ich werde das heute nochmal in meinem Titanfall Video sagen. Für die, die sich das ja anschauen, nicht wundernfalls ich das dann nochmal sag in dem Titanfall Video. Und ja Leute, einfach danke für die 100 Abonnenten. Ja, so ein richtiges Special wird es wahrscheinlich nicht noch geben. Aber ich denke mal ein Video wird vermutlich jetzt noch in den nächsten Tagen dazu kommen. Und ja Leute, einfach danke. So, wir reden aber jetzt erstmal rüber zu C. Ach, Mist. Der Kämpfer direkt dort bei unserem Spawn. Oh shit, der Tank geht unter. Ich werde lang. Oh. Jawohl. Schnell, 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 schnell. Ja, Moni. So. So. Wo ist er mir hin? Schnee hoch. Fack, fack, fack. Wow. Gut, wir sind oben. Ich habe ja ehrlich gesagt kein gutes Gefühl, weil hier die Berge überall sind. Dort. Jawohl. Ach nein. Ja. Ich habe es gewusst, die Berge. Die werden uns noch erwischen. Schade. Macht aber nichts. So. Wir spawnen unser E bei C hier. Ja. Da können wir ja auch gleich noch D hier oben einnehmen. Jawohl. Ne, 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 ne. Wir gehen schon runter zu C. Sonst sterbe ich jetzt hier. Jawohl, die Granate. Hat es noch gemacht. Sehr schön. Sunny, hilfst du mir? Sunny? Jawohl, er kommt. Er kommt. Er kommt. Jawohl. Das war ein guter Sunny. Wow, was geht hier ab? So, es macht das Fenster auf. Jawohl. Und wieder zu. So, wir gehen mal hier hoch. Was? So, ich dachte gerade... Wäre ein Gegner. Und wir sind schon wieder tot. Schwere Panzer. Okay. Das hat sich gerade angehört, wie die Sniper, die da manchmal hat er tankt. Aber da hat die nicht... Weil dann hätte sie sich das schon ein kleines Bild anders angehört. Läuft eigentlich gerade ganz gut hier mit dem Versorger, muss ich sagen. Das heißt, wir nähern uns langsam der Hurt. Der Waffe, die ich ja so gerne haben will. Wie ihr ja wisst, leider. Wow. Ah, Gasgranate. Nein. Also, die Gasgranaten sind schon manchmal ein bisschen nervig. Die sind schon manchmal nervig. Wo spawnen worden? Hm. Ja, hier rum. So. Los, 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 Männer. Hier hast du Muni. So. Und ab aufs Schlachtfeld. Jetzt Munition. Rauch hier mal Munition. So, wir rennen mal rüber zu B. Ach, der hat unser Wicht. Okay, irgendwie spielen gerade viele mit dem MG15. Ist doch sehr beliebt, die Waffe. Ah, ich spawne mal hier hin in so ein Boot und dann fahren wir mal hoch zu der Burg. Oh, zu B vielleicht. Mal sehen. Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen Support, indem wir noch ein paar andere mit hier einsteigen. Boah, ist ja alles neblig. Wir schauen schon mal bei B noch mal vorbei. So. Kleine Mutter hat. Das ist ein Flugzeug. Nein, schade. Wir können das Geschützler nicht komplett rumdrehen. Das wäre schon ein bisschen besser. Also, das könnte man ja auch mal hier ein Flugzeug wegholen. Aber das Spiel Jinx ist anscheinend... Nein. Okay, wir sind bei B. So, anders geschützt hier nochmal. Oh. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Ähm, hallo. Sehen wir noch mehr? Nein. Scheiß nicht so. Boah. Boah. Oh nein. Oh nein. Das war peinlich. 2% Leben noch und dann legen wir uns neben den Starre dort. So, B-Hammer. Hier hab doch Moni. Hier brauchst du noch Moni. So, dass bloß ich war hoch zu der Burg überhaupt erstmal zu kommen. Äh. Das sagt man, hatte ich gerade keinen Aim. Und hab gerade alles daneben geschossen am Anfang. Oh, oh. Dort ist ein Scharfschätze. Das ist genau das, was ich gemeint habe, Leute. Komm, 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 komm. Wir hoffen mal, dass sie uns so hier nicht treffen. Nein, das war's für uns. Das war's für uns so gut wie. Komm, ich muss mich irgendwie regenerieren. Werden wir überleben? Die große Frage jetzt. Komm, langsam regenerieren wir uns hier. So, komm, weiter, 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 weiter. So, wir sind bei E. Jawoll. Oh mein Gott. Boah. Granate runter. Ich bin mir sicher, hier kommt noch mehr. Top. Trupp ausgelöscht. Oh mein Gott. Ich geh runter. Oh, 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 oh. Komm. Oh nein, oh nein, oh nein. Boah. Boah. Jetzt sind wir aber hier heftig gerade am Rasieren. Hätte ich es nicht zu früh gesagt. Aber ist schon gerade mal eine echt gute Runde, muss man einfach sagen. Ich darf mal runter dort hochrennen zu der Burg. Ah ne, Hund, das ist mit C hier. C ist denke ich mal ein bisschen einfacher. Da ist er noch. Da ist er noch. Da ist er noch. Nein. Wurde fuck, wie viel sind wir bei C? Fein getroffen. 209 Schaden. Oh mein Gott. Da sind sie, da sind sie. Komm, 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 komm. Das muss noch mal sitzen. Jawoll. Klaus Maske. Ich hab doch gerade was gesehen. Was war das? Oh. Ah. Das war so ein Kavallerie Typ. Ja, der hält ja mehr aus. Boah, was geht hier ab? Die Runde. Wo sind wir? Boah, wir sind vierter. Wir sind, wir sind gut. Muss man sagen. Gute Runde bis jetzt hier. So, C einnehmen. Komm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh nein. Komm, Granate. Ach nein. Oh, schade. Ach, das war jetzt Richtigkeit gewesen. Wir sprengen uns selber weg und dann killen wir die dort noch alle. Boah. Aber Richtigkeit der Granatenaktion eigentlich. Komm, 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 komm. Scheiß Kavallerie. Ja. Ja. So, komm, 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 komm. Au, 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 au. Ah, Mondragon Scharfschütze. Komm, Sunny. 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 Kommst du? Bitte. Mein Herz. Ich habe Schmerzen. Danke. So, sehr freundlich von Ihnen. Ist er nur noch? Ne. Okay. Schnell weiter. Von den Reiter hier. Den Butchgang wegholen. Komm. Jawoll. Au, 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 au. Es gibt so viele Schmerzen gerade. Komm. Dort hinten. So, wir rennen weiter. Ja, wir sind weiter nach vorn. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Komm. Oh, nein. Ah, Mondragon Sturm. Das ist der, der uns vor uns auch schon erwischt hat mit seiner Mondragon. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Aber läuft wirklich ganz gut hier die Runde. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Immer noch vierter. Mal sehen, wir haben ja noch dritter. Wird ganz cool. So. Au. Na. Aber man hat wirklich kaum Chancen, wenn man angehittet wird, wenn da noch ein andere Gegner plötzlich kommt. Die hatten wir uns ja gerade noch mal gesehen. Eine Granate kommt. Der Gegner hat uns Instagram draußen Kugel weggehabt. Weggehabt. Ja. Was? Oh, 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 oh. Kann das nicht wahr? Na? Ich weiß es nicht. Wir warten mal hier. Wir warten mal hier. Komm, Kollege. Wir packen das gemeinsam. Was? Ach, mit der Hellriegel. Na, ich weiß noch nicht. Ich will gerne zu der Burg hin, aber mit dem Schiff haben wir jetzt, ehrlich gesagt, ohne nochmal. Es dauert dann irgendwie ein bisschen zu lange. Da bleibe ich hier über bei C. Und echt geiler Spawn. Dazu sage ich mal lieber nichts. Also, was Spawn-Schutz heißt. Ja. Soll ich mal lieber nehmen. Hm. Na toll. Das ist doch nicht. Den ja, ernst. Ja, ich spawn und werde von der Seite weggeholt. Du hast einfach keine Chance. Das ist doch gerade irgendwie nicht mehr normal. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Wirklich, das ist doch so oft schon gewesen. Immer am Anfang führen wir und dann später verlieren wir noch. Ich weiß nicht, was das ist. Ist unser Team manchmal ein bisschen zu dumm oder was geht hier ab? Wirklich, Leute, was geht hier ab? Hier, scheiß Pferd. Na los. Ja, Pferd getötet ist er. Jetzt ist er alt aus. Tja, ohne Pferd. Ja. Kannst nicht mehr reiten. So, komm. In die Burg, komm. In die Burg, in die Burg, in die Burg. Dort oben sind welche. Komm, diesmal. Das wäre so geil, wenn ich treffen würde. Aber leider treffe ich ja nicht. Aber wäre wirklich geil. Müsst ihr euch mal so vorstellen, Leute. So ein Triple Kill oder so. Aus so einer großen Entfernung. Wo man ja nicht mal direkt beißt, dass dort überhaupt welche sind. So. Wir nehmen einen. Wir nehmen einen. Es läuft soweit gut. Komm. Ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl. Ich denke mal, hier wird gleich jemand angerannt. Komm. Oder. Ja, eine Bombardierung. Oh, das war doch viel zu schön. Oh, ich würde sagen, das Treadnought würde ich gerne mal reingehen. Da war ich noch nie drin. Wirklich, ich war noch nie in diesem Kriegsschiff. Ich muss sehen, da warte ich schon gerne irgendwann mal reingehen. Nur um so zu wissen, wie es so ist in dem Kriegsschiff. Ob es da schön warm ist. Und wir gehen sowas von drauf. Wir gehen jetzt hier sowas von drauf, oder? Ja. Wer der Tank gesehen hat, weiß ich es noch nicht. Der hat anscheinend gute Augen, aber. Ja. Unser Dreadnought ist eingetroffen. So. Komm. Ne. Ich habe es eh nicht so ein Bombervektor mit dem MG. Wer müsste das schon angehittet sind? Oder damit? Oh, ja. Adieu. Was für ein wunderschöner Kühl hier. Ne, wir haben den gar nicht getötet. Da war der Pilot. Komm, du dein scheiß Pferd. Ich hole dich auch noch weg. Ah, schade. Ich hätte gerne alles Pferd mit weggeholt. Ach, ich wieso nicht. Das sieht irgendwie immer wieder episch aus, wenn so ein Flugzeug abstorzt hier an Battlefield. Ich wieso nicht. Ich finde, es hat was. Weil die Grafik sieht dann noch so echt gut aus. Ja, hat wirklich was. Ist es das legendäre Pferd? Oh nein, der hat mich getötet mit meiner Waffe, die Schambel. Der Hurt. Helfen Sie mir. Bitte. Ich habe Schmerzen. Sanitäter. Ja, Sanitäter ist tot. Das heißt, keine Hilfe mehr kommt für mich. Hier schnell in so ein Schiff spawnen. So, jetzt holen wir uns die. Boah, komm. Wenigstens noch ein paar Punkte machen hier. Ich bin immer noch vier. Boah. Oh. Nein. Demars Automatik. Aber ich glaube, die Pistole haben wir nur die Scharfschützen. Halt den Tank. Ich bin Tank. Ich bin Tank. Ich bin Tank. Ich bin Tank. Ne, ich bin Artilleriebank. Und mit dem fahren wir dann erstmal ganz schnell zu den ganzen Orten. Weil mit einem Panzer entschweren oder so würde das wirklich viel zu lange jetzt hier dauern. Von A nach B zu fahren. Komm, 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 komm. Boah, das ist ein Tribblekill. Das war ein Tribblekill. Ich weiß nicht, was die Runde mit mir abgeht. Wahrscheinlich liegt das an euch, Leute. Weil ich dank euch die 100 erreicht habe. Die 100 YouTube-Aponenten. Und darum bin ich motivierter und spiele besser. So, komm. Nein, ich kann das Ding nicht weiter runterhalten. Oh, shit. Jawohl. Einfach tot gefahren. Komm, 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 komm. Nein. Ach, schade. Das hätte jetzt nochmal ein Doublekill werden können. Komm, hier, das Boot. Die Runde ist jetzt eh gleich zu Ende. Schade. Ich würde gerne nochmal einen Kill machen. Komm, schaff aufs. Spawn. Spawnen. Oh, shit. Die Gegner haben alles eingenommen. Heftig. Ja. Da ist es kein Wunder, wenn man jetzt plötzlich noch verliert hier. Da schwimmen wir noch ganz einsam im Wasser. Ohne Freunde. Aber ja, Leute. Jetzt nochmal sehen hier, ob man vielleicht ein Battlepack bekommt mit Glück. Und ja. Komm. Gibst du mir ein Battlepack-Spiel? Ich hätte gerne nochmal Bock hier ein Battlepack auszupacken. Wäre ganz cool. Und? Spiel, was sagst du? Bekomme ich ein Battlepack? Und ich bekomme kein Battlepack. Ja, okay. Schade. Aber, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier von Battlefield 1. Lasst den Bewertungen wie immer da. Schreibt einen Kommentar. Und ja, Leute. Haut rein. Und ciao. Ciao.